So, da bin ich wieder. So, annehmen, annehmen, dann, die macht das, du machst das, du machst das, du machst das, und wir öffnen das, es gibt einen Gürtel, der ist Stufe 51, zwei Werte sind extremst geil, der dritte halt scheiße, hier hab ich noch was zum öffnen, Pillen, Geschenk und Müll, so, ähm, hier. Ein Moment, unsere Hacker versuchen die Leitung anzuzapfen, ja, das ist fantastisch, ich kann nicht glauben, dass ihr es allein reingeschafft habt, wir haben das bisher nur als Gefangene vollbracht, lasst euch das nicht zu Kopf steigen, niemand weiß, was das Imperium hier alles verbirgt. Äh, warum jetzt? Haben wir sowas wie eine Zellennummer, die Zeit drängt? Wir haben keinerlei Informationen über diesen Ort. Wenn ihr Leute in den Zellen findet, geht einfach davon aus, dass es unsere sind und holt sie da raus. Euer Primärziel ist Ako Domi. Er ist ein Jedi und hat die Rettungsmission auf Sulust angeführt. Ohne ihn hätte das Imperium den halben Planeten versklavt. Leider wurde er dabei gefangen genommen. Ich werde ihn retten, ihr müsst mich nicht überreden. Die Republik kann froh sein, euch zu haben. Ich schicke ein Team los, das außerhalb der Schilde warten wird. Sie können euch auf eurem Weg hinaus unterstützen. Viel Glück. Ah, Kondomi, ich komme um dich zu retten. Da hin. Oh, ich meine, ich bin gleich hier. Aber ich brauche ihn. Ich bin jetzt jetzt auf der LMS. Ich bin jetzt hierher. Ja, ich bin jetzt hierher. Da ist die Kinder, also geht man da weg. So, eine Mal. Blutstunde Blau brauche ich nicht. Ja, hier war ich doch schon mal drinnen. Lol. Ja, hier war ich doch schon mal drinnen. Ah. Hier war ich doch schon mal. So. So. Nein, hier war ich doch schon. So, dann kommt hier zwei von vier und die anderen müssen oben sein. Äh, wo ist der Dully? Äh, ist das unser Kondomi? Nö. So. So. Äh. Äh. Warte mal. 14 von 15? Hier fehlt doch noch so ein... Wachoffizier. Ich habe auch noch 14 von 15 gehabt. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Hm. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht alles nochmal durchsucht. Hier steht noch das Wehr. Arschgeig. So. Licht. Licht. Hier fahr mal dein Lichtschwert eins. Fahr das Lichtschwert ein. So. So. Wo habt ihr das Kondom untergebracht? Bitte tötet mich nicht. Ich kann euch helfen. Wonach ihr auch sucht, ich kann es finden. Ah, Kondomi. Ich bin hier, um den Jedi zu befreien. Ah, Kondomi? Nee. Ihr wollt wirklich? Ähm. In Ordnung. Wenn er es ist, den ihr wollt, werde ich ihn rufen. Kein Problem. Gleich hier. Und jetzt, ähm, werde ich dort drüben warten. Hm. Wer wärs warum? Wer kommt da zu mir? Ich bin Akko Domi, Gebieter über Lager 27. Niemand sucht mich auf. Soldaten würden eher sterben, als mir ins Gesicht blicken zu müssen. Ah, zwei. Kommt zurück zur Republik. Wendet euch von dem ab, zu was das Imperium euch gemacht hat. Wie langweilig. Werdet ihr mir jetzt euer Mitleid anbieten? Oder Heilung? Eine Chance zum Licht zurückzukehren? Ich lebe hier seit sechs Jahren. Ich habe gesehen, wie sich eure republikanischen Helden gegenseitig für ein Stück Fleisch zerreißen. Ich kenne die wahre Natur des Menschen. Dort gibt es kein Licht. Beurteilt andere nicht aufgrund eurer eigenen Schwäche. Es gab noch keinen Gefangenen hier, der edel genug war, um am Ende nicht doch zu unterliegen. Wie lange, glaubt ihr, könnt ihr standhalten? Bist du fest? Schlachtet ihn ab, meine Schüler. Ganz langsam. Okay. Dann helfen wir einfach bei dem hier. Und jetzt, wenn du jetzt deine Schüler sind down. Was willst du jetzt machen, hä? Komm her, du Arsch. Der wird sich nicht mal kümmern. Der wird sich nicht mal kümmern. Doch, jetzt. Der schleudert dich nur immerhin. Der schleudert dich nur immerhin. Minimal. Nö, tot. Zweimal hat er mich geschleudert. Das war's. Gefiel euch das? Ich spüre die Dunkelheit in euch. Die Freude, die ihr beim Töten meiner Schüler verspürt habt. Werdet ihr mich auch töten? Oder verlangt euer Hass nach mehr? Wollt ihr mich lieber schreien sehen? Mich tagelang quälen, während ich mir nur den Tod wünsche? Also mein Hass ist so stark, dass du geheilt wirst. Kommt zurück. Und ihr könnt wieder der Mann sein, der ihr einst war. In Ordnung. Macht eure leeren Versprechungen. Rettet mein Leben. Mich zurück zur Republik zu bitten ist, als würdet ihr euer eigenes Fleisch vergiften. Früher oder später werde ich euch töten. Jaaa, Rückkampf. Wir kümmern uns jetzt um ihn. Mit dem nächsten Raumschiff trifft eine Jedi-Heilerin ein. Lasst ihn niemals aus den Augen. Der ist noch immer eine Gefahr. Niemand kann unentwegt wachsam sein. Sobald sie nicht aufpassen, werden sie das Ausmaß ihres Versagens begreifen. In Ordnung, Jungs. Knebeln und abführen. Und dann lasst uns von hier verschwinden. So. Ganzes Scheißweg zurück. Und wieder 100.000er Kämpfer. Und eine Lootkiste plündern. Falsche Angesetzungen. Eure Malz Lenker. M αναtrahlen? Eure Malz Lenker. Eure Malz Lenker. In Ordnung. Eure Malz Lenker. Eure Malz Lenker. Eure Malz Lenker. So. Eure Malz Lenker. Was? Ich loote. Nice. Was haben wir denn? Backpack. Eine Tasche mit... Was ist das denn? Prototyp fortschrittlicher Hut des Captains von Cola Design. Das Ding ist aber übelartig krass. Stufe 50. Okay, den heben wir mal auf. Sieht interessant aus. Der sieht interessant aus. Wo ist... Ich fahre die ganze Zeit in die falsche Richtung. Schön, Aik. Da lang. Ich aber natürlich warte nie ob wieder bin ich. Ach komm! Ach komm! Ach komm! Wie komisch sich dieses komische etwas in meinen Kampf ein? Was fällt der Frau ein? Äh, da lang, da lang, da lang. So, geradeaus, links rum. Wir haben uns schon vor langer Zeit in das Intercom von Lager 27 gehackt. Ich habe alles gehört. Akkodomi wird von vielen Leuten immer noch der Erlöser genannt. Aber da war so viel Böses in ihm. Vielleicht kann der Jedi-Rat noch einen Teil seines alten Ichs finden. Es liegt an ihm, ob er der dunklen Seite den Rücken kehrt und das Licht umarmt. Nach dem, was ich gehört habe, schien er sich schon entschieden zu haben. Danke, dass ihr diese Schreckensfabrik dicht gemacht habt. Die republikanischen Soldaten werden euch das nie vergessen. Wir werden diesen Ort bekehren. Das schwöre ich. Na Shaddam muss sich der Republik anschließen, damit das Imperium solche Ungeheuerlichkeiten nicht mehr verbergen kann. Okay, das hätten wir eigentlich nicht. Das wird euch gefallen. Kira, legendäre Festung. Das machst du. Endlich vertraut ihr mir eine Aufgabe an. T7 macht das. Die Taktik-Informen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Wirklichkeit. Die Taktik-Informen sind geöffnet. Das ist so gut. Warte mal, wo waren hier die Jedi Typs hier? Ist es der Händler? Nein. Okay. Ah, hier. Jedi-Ridor. Aber nix. Okay. Was? Okay. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude Ihnen zu gehen. Okay, wir haben keine Aufgabe da. Passt. Das ist schon der zweite Feldagent, der sich nicht mehr meldet. Unser Netzwerk wird angegriffen. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass Agent Galen gefangen genommen wurde. Er verrät dem Feind unserer Schwachstellen. Ruft Alarmstufe Omega für alle Feldagenten aus, wenn ihr euch dann besser fühlt. Mal sehen, wie viele sich melden. Der Jedi, der Wächter 1 ausgeschaltet hat. Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich bin Chief Ricard. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Wir tappen derzeit völlig im Dunkeln. Licht ins Dunkel zu bringen, ist mein Spezialgebiet. Ich sage euch, was ich weiß. Agent Galen kam her, um eine streng geheime Operation zu sichern. Etwas, das selbst vor uns geheim gehalten wurde. Galen verschwand im Nikto-Sektor auf der Suche nach einem Kontakt. Wenigstens hinterließ er eine Spur, der wir folgen können. Das ist doch ein Anfang. Wo finde ich diese Spur? Galen hinterließ verschlüsselte Fortschrittsberichte in SID-Geheimfächern im gesamten Nikto-Sektor. Das Gebiet ist jedoch zu gefährlich geworden. Ich musste meine Agenten dort abziehen. Wenn ihr die Berichte wollt, müsst ihr allein dorthin. Ich habe Alarmstufe Omega ausgerufen. Nur die Hälfte unserer Feldagenten hat geantwortet. Ich sag's euch, wir wurden verraten. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor es zu spät ist. Das Angral hat den SID offensichtlich ins Visier genommen. Wir müssen hier raus. Wir löschen alle Daten und verlassen Nar Shadda. Eine Evakuierung des Gebäudes kommt überhaupt nicht in Frage. Hier drin sind wir sicher. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Ich habe die Positionen von Agent Galens Geheimfächern markiert. Ladet seine Berichte auf euren Holo herunter und kontaktiert mich. Ich werde sie entschlüsseln. Besorgen wir uns ein paar Antworten. Viel Glück. Na dann. Na dann. Na dann. Na dann. Na da. Na dann. Na dann. Na dann. Na dann. Na dann. Na dann. Weil er other. Da. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reisehut. Ach ja. Ich habe die Knie auf dem Weg. Ich habe die Knie auf dem Weg. Soll ich die Knie auf dem Weg. Und du bist du auf dem Weg. Gibt es irgendetwas? Wo sind die Dinger? Eins da, eins da, eins da. Nein, schießt mich nicht ab. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Nein, nein. Lass mich halt in Ruhe. So, versteckt. Könnt mich am Boden. Natürlich können die durch die Wände schießen. Scheißdroide. Äh. So. Äh, das andere... Äh, üh... Jo, ist es denn? Da ist es. Oh! das haben wir auch jetzt brauchen wir nur noch das da das lief wie am schnörchen was das denn hier die um kristall sieht er dämlich aus okay der hat es nicht hinbekommen jetzt habe ich für dich auch wieder was das da ihr seelenfrieden ist meine höchste priorität sie können versichert sagen dass ich diese aufgabe perfekt ausführen werde aha dort andere dinge Pümmelt irgendwo hier unten vor. Da. Ich muss erst mal kurz essen. Ja. So. Chief Rican, ich habe sämtliche verschlüsselte Nachrichten von Agent Galen heruntergeladen. Ich übertrage ein Entschlüsselungssignal auf euren Holo. Daten werden entschlüsselt. Hm. Daten und Orte, gewöhnliche Verfolgungsdaten und eine Prioritätsaufzeichnung. Die spiele ich jetzt ab. Ich habe unseren leitenden Agenten gefunden. Tod. Die Superwachendaten sind verschwunden. Keine Hinweise auf den Ort der Hauptanlage. Aber es gab Hinweise auf ein Rekrutierungszentrum in der Nähe. Das Projekt nutzte Flüchtlinge als Testsubjekte. Das Rekrutierungszentrum ist meine beste Spur zur Hauptanlage. Ich werde es aufsuchen. Ich hinterlasse die Koordinaten des Zentrums für den Fall, dass etwas passiert. Galen Ende. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass der Feind unser Waffenprojekt gestohlen hat? Oder dass wir mit Flüchtlingen experimentiert haben? Die Sith haben das Superwachenprojekt gestohlen. Ich muss es zurückholen. Ein blinder Angriff ist riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Agent Galen oder wer auch immer ihn gefangen hält, hält den Schlüssel zur Bergung des Superwachenprojekts. Die Spur führt direkt zum Rekrutierungszentrum. Ihr müsst dort eindringen und herausfinden, was vorgefallen ist. Viel Glück. Rikan Ende. Ich bin schon gebacken. Das krieg ich mal schon hin. Ja. So. Äh. Spago 1-1-1-3-Follow. So. Keine Bonusquests. Okay. Ähm. Da. Türöffner. Da. Alles ist gut. Ich bin hier, um zu helfen. Chief Rikan, das Rekrutierungszentrum war voller Imperialer. Keine Spur von Agent Galen, aber ich konnte einige Flüchtlinge befreien. Keine Flüchtlinge. Helden. Diese Leute haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um einen Sieg über das Imperium zu ermöglichen. Ich heiße Vellner Rock. Ich habe seit Beginn des Projekts Freiwillige für das Superwachenprogramm rekrutiert. Diese Leute haben sich freiwillig als Testsubjekte gemeldet? Das Imperium hat ihre Heimatwelten gestohlen. Sie warten nur auf eine Chance zur Vergeltung. Über die Jahre haben sich hunderte von Freiwilligen für die Superwachen-Experimente gemeldet. Sie alle sind Helden. Wie viele Superwachen gibt es? Wie sind sie? Diese Informationen sind mir nicht zugänglich. Aber sie sollen unglaublich sein. Sogar stärker als ein Jedi. Ich weiß nicht, wie das Imperium uns gefunden hat. Aber sie kontrollieren jetzt das gesamte Projekt. Stärker als ich? Ich glaub's aber nicht. Ein republikanischer Agent namens Galen kam hier. Was ist ihm zugestoßen? Sie haben ihn gefangen genommen. Ihr Anführer wollte ihn lebend haben. Die Imperialen verschleppen Leute für Tests ins Hauptlabor. Es befindet sich irgendwo im Rotlichtsektor. Aber die genaue Position kenne ich nicht. Das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete auf ganz Nahshadar. Wir werden das Labor niemals finden. Ich habe gehört, dass es das einzige Gebäude mit eigenem Energiereaktor ist. Hilft das? Absolut. Kontaktiert mich, wenn ihr im Rotlichtsektor eintrefft. Ich habe einen Plan. Rikan Ende. Ich bringe diese Freiwilligen in Sicherheit. Ich hoffe, ihr tötet jeden Einzelnen dieser Imperialen. Da werden wir doch unseren Spaß haben. So, wo müssen wir hin? Zum Kleider. Der mir auf dem Minimab wieder aber nicht markiert wird. Wow. Äh, da lang. Warte mal. Ne, mit dem habe ich schon gequatscht. Ich habe doch alle Nebenquests schon erledigt. Ich habe auch schon gequatscht. Die Taxi-Platformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Geht. Heik, ich bin jetzt meistens nehmt. So, schlechte Nachrichten über einen Sohn geschrieben. So, Rundlichtsektor, na dann, wo sind sie, die Table Dancerin? Das da, nein, das war die Falsche. Ich möchte gerne ein paar richtige Frauen tanzen sehen. Was ist denn jetzt los? Ich bin im Rotlichtsektor. Habt ihr einen Plan, um das Hauptlabor ausfindig zu machen? Wenn die Superwachenanlage einen eigenen Reaktor hat, dann ist sie immun gegen Fluktuationen im Energienetz. Meine Leute beobachten die Energiedaten des Sektors. Ihr müsst nur für ein paar Fluktuationen sorgen. Es sollte genügen, wenn ihr die richtigen Energieleitungen mit dem Lichtschwert überladet. Ihr habt sicher ein paar Ziele im Kopf. Übertrage die Koordinaten der Hauptenergieleitungen. Überladet sie alle und wir finden die Position des Superwachenhauptlabors. Und seid auf der Hut. Der Rotlichtsektor wird zivilisiert, aber er ist es nicht. Rikan Ende. Also wer ist bei solchen Frauen schon zivilisiert? Der wird jedermann zum Kind. Äh, ich hab mal das da. Ich bin nicht so gleich fertig, ja. Äh, da. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ey, der nimmt mir die Arbeit ab. Ritter von hinten. Äh, ja. Was? Ah, okay. Na, beim Holocon waren wir schon. Das muss man jetzt hin. So, das andere Teil. Ach, die sind gar nicht hier. Lull. Purpurstraße. Ja, so sieht's auch aus. Muss ich ehrlich sagen. So sieht's auch aus. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Äh... Hallo? Da. So... Stellen wir uns mal kurz safe. Nur ein Gebäude im Sektor wurde weiterhin konstant mit Energie versorgt, als ihr die Energieleitungen gestört habt. Das muss das Hauptlabor sein. Ich übertrage die Koordinaten. Wir haben keine Ahnung, was euch, abgesehen von Agent Galen und den Testsubjekten dort drin erwartet. Wie wollt ihr vorgehen? Vielleicht mit einem Parakschenfrauen da hingehen und die Männer ablenken? Äh... Wir nehmen was. Ich gebe dem Feind die Gelegenheit, sich zu ergeben. Wenn er sie ausschlägt, ist das sein Problem. Mit etwas Glück erwischt ihr den Feind unvorbereitet. Euch erwartet ein heftiger Kampf. Kontaktiert mich, wenn es vollbracht ist. Rikan Ende. Krieg ich schon mal hin. Äh... Ist ja nicht der erste Kampf, den wir hier führen. Äh... Da lang. Gassen... 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 Gissen Slums... Was ist da unten? Gassen Slums... Was ist denn das für ein Name, ey? Wer lässt sich so einen Namen hier einfallen? Wuppertstraße... Wuppertstraße... Dunkle Seite hat... Dunkle Seite hat... Dunkle Seite... Ach komm... Dunkle Seite hat gewonnen. Nice. Äh... Müssen wir noch ein Stück. Nein Droide! Wo soll man jetzt? Transitzentrum-Korridor! Alter, das sind Namen! 1, 2! Oh, reicht nicht mehr, schade! Hoho! Da haben wir keiner mehr. 3 müssen wir noch, das werden wir hier. Ach komm, du nimmst nicht den in der Nähe! So, Bonus-Quest erledigt. Ah, hier ist der Dolly. Wir haben euch erwartet, Jedi. Das Angral erzählte mir, dass ihr Wächter 1 und Inquisitor Faraf besiegt habt. Beeindruckend. Als meine Männer sich nicht mehr aus dem Nikto-Sektor zurückmeldeten, wusste ich, dass ihr dahinter steckt. Ihr habt gute Männer im Rekrutierungszentrum getötet. Loyale Soldaten. Die Besten. Wenn sie auch nur ansatzweise gut gewesen wären, würden sie jetzt noch leben. Dafür werdet ihr langsam sterben. Ich habe Commander Grohl versprochen, dass er euch persönlich ausschalten darf. Ich habe ihm ein paar Geschenke zur Hilfe dagelassen. Mark 1 Super Wachen. Nicht so zerstörerisch wie meine neuesten Modelle, aber schnell zu fertigen und äußerst gefügig. Ihren nutzlosen Verstand zu löschen und sie mir zu unterwerfen, war ein Kinderspiel. Wenn diese Leute bereits tot sind, muss ich mich wenigstens nicht zurückhalten. Ja! Hallo, Anfall. Hör auf mit dem bisschen den Dingschen hier. So. Wir sind zu spät, Rika. Darth Angralts Schüler hat das Labor verwüstet. Hier ist nichts mehr zu holen. Bei einem imperialen Offizier habe ich ein verschlüsseltes Datenpad gefunden. Es sieht wichtig aus. Vielleicht befinden sich darauf Informationen, wohin der Feind sich zurückgezogen hat. Bringt das Datenpad zurück zum Hauptquartier. Meine Hacker werden die Verschlüsselung knacken. Wir müssen schnell sein, um den Feind noch aufzuhalten. Beeilung! Ach ja. Hier, mach mal was. Äh. Das da. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt auswählen werde. Okay, zum Schief zurück. Weg. Dann fahren wir doch jetzt nochmal zum Schief. Äh. Jo. Dann. Hier. 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 Hier rum. Hier rum und dann nur noch geradeaus. Ich habe getan, was ihr wolltet. Schön. 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 Apropos weiß ich das gerade sehr. Ach du Scheiße. Der Aufrichtige. Der Anständige. Der Erhabene. Der Pilot. Ritter der Republik. Der Kompromisslose. Reiter des Mahlstroms. Der Hüter der Wahrheit. Fliegerass. Paderwan. Aha. Ich bleib bei der Kompromisslose. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Passt wenigstens zu mir. So und solange wir jetzt reinfliegen mache ich eine kurze 5 Minuten Pause und ich bin gleich wieder da. dei nummer. Ich habe nicht die Jahre lang. Das war's. Man descend das. Die. Das war's. Bis zum nächsten Mal.